Und es geht weiter in der Season 2 bei Hugo. Und zwar jetzt geht es unter Wasser. Wir gehen auf Tauchstation und werden jetzt erstmal nicht tauchen. Also auf geht's in den Taucher. Schön unter das Wasser und dann wird erstmal geschwommen, den Fischen ausgewichen, den Kraken, den Tintenfischen. Ja und dann passt das schon. Und natürlich auch ab und zu Schatztunen auszusuchen. Und wir kriegen mal die Salzchen, das ist immer ein Wunder. Hugo wird es niemals schaffen, euch zu befreien. Hugo, treu dich her, hol uns hier raus. Ich behalte dich im Auge, Hugos kleiner Gehilfe. Hugo wird Hugoline nie zurückbekommen. Sie gehörte mir, mir, mir. Ja, die Frau sieht schon ziemlich hässlich aus. Das Problem ist, sie hat nur auch grüne Augen wie ich. Das ist natürlich nicht so toll. Jui, das Leben ist viel munter, taucht der Hugo auch mal unter. Jawoll. Also ab, auf Tauchstation. Los geht es. Ganz wichtig, hier eine Tante A, wenn ich vom Fisch sich auffressen lassen. Dann passt das schon. Zack, zack. Und jetzt hier ab, hier, in einer Kruzung. Wow, das macht so schön brav. Ach, scheiße, jetzt haben wir gar keinen Druck. So, rechts ein wenig. Und runter und... So, nächste Uhr. Und da? Ach, scheiße. Dieser Fischgestank, was ist denn das hier für ein Tank? Ach, Mensch, das ist jetzt mir ärgerlich. Ja, da hat er gerade verdaut. Na also los, wir versuchen es nochmal. Der böse Fisch. So, ja, jetzt haben wir natürlich wieder voll der Tauchernzeit. Ja, das ist eben auch eine Option. Man kommt, glaube ich, sogar durch. Man muss sich eigentlich nur einmal fressen lassen. Dann hätten wir eigentlich immer richtig ausweichen müssen. Können wir sich das irgendwie sparen, aber es wäre langweilig. Irgendwo, na gut, jetzt kommen und eh nicht mehr aufzutauchen. So, weil wir es da, glaube ich, geschafft haben müssten. So, nach links, bitte. So, ist das. Hey, huu, dann treu, finde ich toll. Jawoll. So muss das sein. Hugo, hilf uns, Hugo. Jetzt wird Hexana weggetrollt. Ha, Hexana, jetzt kommt. Jawoll. Wer die Wahl hat, hat die Qual, nicht wahr? Also, wie gesagt, ich habe in dem Spiel einfach keine Hoffnung, weil wir irgendwie immer das falsche Seil ziehen. Wir nehmen jetzt mal die Eins einfach, weil es gleich da vorne ist. Würde eh falsch sein. Ja, das ist doch echt, das ist doch echt, das lächerlich, das gibt's schon. Auch ein Troll macht mal einen falschen Zug. Ja, der, ja, auch in Season 2 gibt es natürlich das falsche Seil. Wie auch immer, warum auch. Ja, also das war nichts. Ganz klar. Bis zum nächsten Mal. Schau, Leute.